Was bedeutet Loyalität? Loyalität spielt ja auch eine wesentliche Rolle in der Psychotherapie. Also der loyale Psychotherapeut, der sich um den Klienten kümmert, der zuverlässig ist, der da ist in einem gewissen Maße, der mit dem Klienten umgeht, der viele Dinge toleriert, die der Klient tut, der sich ihm einfach zeigt und mit ihm da ist und ihn spiegelt, also sehr stark, sehr nah bei dem Klienten ist, etwas sehr Wichtiges. Und insofern diese Loyalität als Grundhaltung der Psychotherapie sehr wertvoll ist. Treue, sowas wie Unterwerfung, es hat etwas mit Demut zu tun. Treu zu sein bedeutet, ich halte zu jemand in unterschiedlichen Situationen des Lebens, also in guten Situationen, in schlechten Situationen. Wir kennen diesen treue Spruchen der Ehe. Ihr seid zusammen oder ihr sollt zusammen sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Hat auch etwas, wie gesagt, zu tun mit Unterwerfung. Ich unterwerfe mich. Das heißt also, ich nehme die Bedingungen eines anderen Menschen so an, wie sie sind, bis zu einem gewissen Maße natürlich immer. Bis zu der Möglichkeit des notwendigen Ausgleiches, den es dann braucht. Demütiglich. Anständigkeit, eigentlich heißt das Wort in der Bedeutung, wenn man es nachliest, Anständigkeit, Loyalität. Vielleicht ist Loyalität eine der Formen der größten Liebe, nicht der zuverlässigsten, anhaltendsten Lieben. Wir alle rennen oft der Liebe hinterher und denken, ich muss diesen Menschen begehren, er muss mich begehren. Wir müssen attraktiv füreinander sein, attraktiv füreinander bleiben. In Wirklichkeit ist da nur noch Loyalität. Aber Loyalität ist sehr viel wert. Und insofern ist es vielleicht die größte Liebe. Zuverlässigkeit, immer da sein, etwas durchstehen. Die größte Herausforderung im Leben ist es ja immer wieder so, auch in der Psychotherapie, das Durchstehvermögen zu jemand zu halten. Und der hält vielleicht dann auch zu dir, also miteinander zu halten und etwas durchzustehen. Und die meisten Dinge im Leben sind durchaus kritisch und immer wieder problematisch und sehr konfliktorientiert. Und da braucht es eben diese Haltbarkeit, diese Loyalität. Also so etwas wie Kameradschaft, wie tatsächlich ein Kontinuum. Und Kontinuum, ich sagte es schon von der Begrifflichkeit, unaufdringlich da sein. Nicht anklammernd, nicht in dem Sinne der Abhängigkeit, der absoluten Dependenz oder solcher Dinge, sondern eben in dieser Unaufdringlichkeit. Immer da sein für den anderen, für sich selber, miteinander einfach auch. Das hat etwas zu tun, auch mit dem, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind und daraus etwas zu machen. Ein Mensch ist so in seiner Persönlichkeit, in seiner Eigenart, in seiner Besonderheit, in seinen guten wie auch in seinen schlechten Seiten, so wie er ist. Er ist einfach so, er ist ein Charakter, das ist ja das Menschliche. Menschlichkeit sind eben die Schattenseiten, die wir haben und die Lichtseiten. Also das Nehmen in dem Sinne, was ist und daraus weitergehen, daraus etwas machen, daraus etwas formen, daraus eine Möglichkeit entstehen zu lassen und es nicht voreilig hinzuschmeißen und zu sagen, ich trenne mich jetzt von diesen Menschen. Also von der Struktur der Persönlichkeit her eine wichtige Voraussetzung, eine gewisse Loyalität tatsächlich aufrechterhalten zu können, sich mit den Umständen zu arrangieren und die Umstände nicht schwarz-weiß malen oder fordern in einer Einseitigkeit, die man vielleicht nicht erreichen kann oder die nicht erreichbar ist. Aus dem also, was ist, etwas zu machen und darauf zu vertrauen in der Loyalität, dass schon etwas anderes daraus geschehen wird und dass daraus etwas anderes werden kann. Es ist so etwas wie Haltbarkeit. Es hat auch etwas zu tun mit Haltbarkeit, ohne es zu konservieren, ohne es festzuhalten, ohne an den Dingen, an der Persönlichkeit anzuhaften. Also eine starke, tiefe Verbundenheit. Und insofern, um es hier nochmal zu sagen, ist vielleicht Loyalität tatsächlich die größte Form von Liebe oder eine der größten Formen von Liebe. Liebe hat ja verschiedene Ausdrucksformen. Liebe ist, das ist meine Auffassung, überall da. Und sie durchdringt alles. Und alles ist letztendlich aus Liebe gemacht. Aber Liebe hat eben auch sehr unterschiedliche Perspektiven, dualistische Perspektiven, Pro und Kontrast, dunkle Seiten, Schattenseiten und so weiter. Positives, negatives, all diese Möglichkeit. Und insofern, daran gemessen, ist vielleicht Loyalität die umfassendste Liebe in der Verbundenheit der Dinge. Denn bei Liebe geht es natürlich um Verbundenheit. Loyalität ist natürlich Freundschaft in der Partnerschaft, nicht? Partnerschaften bestehen zunächst mal aus Begehren, aus dem Anderen, aus dem Neuen, aus dem Neuen sich einverleiben wollen und das natürlich auch irgendwo besitzen wollen oder vielleicht nicht besitzen wollen, ist aber dann durchdringen wollen. Das Durchdringen des Begehrens ist ja etwas ganz Wichtiges. Aber daraus entsteht dann im Laufe der Zeit so etwas wie Zuverlässigkeit, wie Freundschaft, wie Treue und eben tatsächlich diese Loyalität. Jenseits, also etwas, also etwas jenseits des Begehrens oder des reinen Begehrens. Das bedeutet, in den Extremen des Lebens immer wieder da zu sein und damit gemeinsam umzugehen. Das ist so etwas wie Solidarität oder hängt mit Solidarität zusammen. Ich bringe ja hier eben die Zusammenhänge, die zur Loyalität gehören. Es gibt keine Begrifflichkeit, die für sich alleine steht, sondern alle Begrifflichkeiten der Sprache stehen stets in Verbindung mit anderen Begrifflichkeiten und bedingen sich wechselseitig. Das bedeutet miteinander teilen. Zum Beispiel dieser moderne Ausdruck einer Sharing-Ökonomie, in der wir uns befinden, wo viele Menschen etwas miteinander teilen, was sie nicht nur für sich brauchen, als Konsumenten, sondern eben mit anderen Menschen zu teilen. Zu jemand halten, wenn er von anderen verlassen wurde beispielsweise. Oder zu einem Menschen halten, sich zu jemand halten, wenn er bestraft wurde, wenn er Straftäter wurde, wenn er Aussätziger wurde, wenn er von anderen Menschen gemieden wurde, was heutzutage sehr schnell passieren kann. In einer getunten Öffentlichkeit oder Halböffentlichkeit oder vielleicht auch Pseudo-Öffentlichkeit passiert es sehr schnell, dass wenn du etwas Falsches sagst oder die anderen glauben etwas Falsches von dir, dass sie sich von dir einfach abwenden, weil sie denken, das ist schlecht. Und der loyale Mensch hält dann trotzdem noch zu dem, zu dem Straftäter und all dem. Also wenn er straffällig wird, süchtig ist, wie auch immer sich problematisch verhält oder problematisch wurde, also von seinem Sockel gerissen wurde, meinetwegen als Narzisst und dann dort unten liegt und vollkommen erledigt ist scheinbar, dann gibt es da immer noch jemanden, der zu ihm hält. In dieser unmittelbaren Menschlichkeit der Loyalität. Loyalität. Also auch immer wieder das Unmittelbare, das Eigentliche, so wie es ist in seiner Realität, egal ob stinkend oder duftend, anzunehmen. Erbarmen natürlich für das Kreatürliche. Wir sind alle letztendlich nur Kreaturen auch als Menschen. Etwas Kreatürliches und dadurch sehr verletzbar, sehr verwundbar. Und wir können wirklich absolut am Boden liegen. Bezogen immer auf das Gemeinsame. Das Wichtige bei der Loyalität ist tatsächlich das Gemeinsame. Für mich gleichzeitig auch wie für den anderen, für uns. Also im tiefsten Sinne von Solidarität und Miteinander. Da ist der Begriff Loyalität sehr stark. Das Kontinuum aus Güte, Respekt in dem Umgang, in negativen Schandtaten werden zum Beispiel toleriert in dem Sinne, du hast die Schandtat gemacht, die teile ich nicht, also ich verurteile diese Schandtat, aber ich werde dich trotzdem weiter als Mensch halten und zu dir als Mensch halten. Natürlich erkennen wir hier am Schluss dieses kurzen Audios die Grenzen der Loyalität. In Familien fällt immer wieder auf, dass Familien stark loyal zusammenhalten, weil es nun mal die Familie so ist, wie es ist mit den drei, vier, fünf Leuten, die da sind. Und dass Schandlichkeiten, Schandtaten der Väter, der Mütter oder wem auch immer einfach auch weiter toleriert werden aus falscher Loyalität. Und man kann der Vater ewig weitermachen, was er will oder die Mutter oder wer auch immer das ist. Also die Mörder, die Täter, zu denen Angehörige falsche Loyalitäten halten dann. Und wie haltbar sind dann Kriegsverbrecher? Und ich sage, wir haben gemeinsam einen Krieg verbrochen. Das war nun mal so im Krieg. Wie oft haben wir das in KZ-Prozessen oder Prozessen des Dritten Reiches erfahren? Und dann ist man eben gemeinsam in dieser Glicke gewesen. Und diese Identität, die man dadurch hatte als Einzelner, durch die gemeinsame Loyalität, die war wesentlich stärker als die Einsicht, dass die Taten meinetwegen eines Dritten Reiches oder die Taten eines Schänders, wie wir das jetzt aktuellerweise auch wieder erleben, also die ihren Kindern Schändliches angetan haben, durch die Loyalität letztendlich getragen wird. Und das sind natürlich die Grenzen der Loyalität. Und da gilt es sehr aufmerksam zu sein und zu sagen, ich kann jetzt etwas nicht weiter in aller Ewigkeit loyal halten, sondern dem muss ich Einheit gebieten, da muss ich opponieren, da muss ich mich wehren, da muss ich diesen Menschen verlassen und bin dann eben auch nicht mehr loyal. Der Staat ist auch etwas oder das Gesetzessystem in seiner zum Beispiel Verfassungsmäßigkeit ist etwas sehr Loyales auch gegenüber dem Menschen oder versucht diesen Begriff der Loyalität eben dem Rechnung zu tragen. Also oft, wie gesagt, ist die Loyalität sehr problematisch im familiären, loyalen Taburaum. Es gehört sich nicht, die Dinge nach außen zu bringen, dabei sind sie vielleicht sehr schändlich und sie gehören nach außen gebracht. Da ist also Transparenz ganz wichtig. Also Loyalität hat immer wieder das Problem, dass es sich abkapselt und dass dann etwas Marodes passiert, etwas Gefährliches, etwas Fürchterliches und das sind natürlich ganz eindeutig die Grenzen von Loyalität. Wie alles oder wie bei allem im menschlichen Leben geht es darum, es letztendlich auszugleichen.